So, Leute, willkommen zu einer neuen Folge, oder zur ersten Folge Let's Play Minecraft, ja, was mir aufgefallen ist, ich habe schon ziemlich viele Minecraft-Videos auf meinem Kanal, aber keine Dingens da, ähm, Let's Play, aber kein Let's Play, wie kann das sein? Ich hätte eigentlich noch was trinken sollen, bevor ich aufgenommen habe, und ja, Minecraft, PS3 hat es ein Update bekommen, ich glaube 1,9 ist jetzt endlich komplett hier, und ja, ich glaube 1,10 ist das schon, ich weiß aber nicht genau. Wir spielen mit dem Texture Pack Natur, weil ich das irgendwie am besten finde, und das sieht auch am besten aus. Ja, und, das war wie, nein, jetzt habe ich vergessen, wie ich das sagen wollte, das gibt's nicht. Es ist mehr als einmal passiert während einem Video, aber wirklich nur einmal. Ach ja, ich wollte heute eigentlich, ich wollte eigentlich schon seit zwei Wochen oder so ein Video machen, aber habe es einfach nicht geschafft, keine Ahnung warum. Jetzt kommen wir hier nicht raus, wegen dem scheiß Baum. Ja, es gibt nicht immer während der Aufnahme oder wenn ich aufnehmen will, wird immer meinen Hals so trocken. Aber dann auch nur, wenn ich aufnehme. Oh, und doch, perfekt. Oh, direkt, direkt alle Berge. So, dann schwimme ich mal dahin. Tiere zum Schlachten gibt's alles in Minecraft, wer das Spiel noch nicht kennt. Ja, oh Gott. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Zu große Schlucht, dann gehe ich lieber außen rum. Das ist mein Lebensmutter. Zu große Schlucht, gehe ich lieber außen rum. Wenn's bei dieser Schlucht dann außen rum gibt. Ja. Wieder die schlechteste Witze am Start. Hallo. Hallo. Nimm runter. Och Mann, wir sollten immer irgendwas. Oh, hier könnte ich die Werke aufnehmen. Versteht sie doch nicht, oder? Herr Bibliothekar. Äh. Was ist denn, Schmid? Die hebe ich auf. Ich wohne jetzt hier im Dorf. Raus hier! Das ist mein Eigentum. Hm, da muss ich sie einsparen. Nein, Spaß. Wir töten hier doch keine Menschen, Alter. Ich mein, wie untermenschlich wäre sowas denn? So, ähm, das hier brauchen wir nicht. Ich kann nur weg. Wow. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich Rainbow Six zocken, aber hat nicht ganz geklappt. Internetverbindung spielen schon wieder. Spiel ist ja Minecraft. Auch kein Internet. Und es wird schon wieder dunkel. Yay, ich liebe es. Die Dorfwohnen haben wenigstens gute Manieren und können hinter sich die Tür schließen. Ich kann echt nicht reden. Ach Gott. Ja, ähm. Das war knapp. Ja, am besten bleibe ich am Dorf. Oder bau auf nem Berg. So ne Alpmüte. Jodloihoo. Ja. Die Witze werden auch immer schlechter. Das glaubt man echt nicht. Äh, sowas. So. Naja, okay. Man kann auch mal versuchen. Zum Beispiel Kraften. Ich krafte etwas. Ach, stimmt ja. Ach, scheiße. Das ist effektives Kraften. Yay. So, ähm. Hm. Sieht wahrscheinlich ein bisschen scheiße aus. Aber ich lass es mal so. Wenn ich dann hier oben meine Alpmüte bauen werde, da oben auf dem Berg, dann müssen wir erst mal das Dorf aufräumen. Ich mein, so kann man das doch nicht anbieten, ey. So, dann mach ich mal hier in den Brunnen. Das ist mein Wunschbrunnen. Oh, das sieht doch schon viel besser aus. Ich habe hier in den Brunnen. Perfekt. Dann habe ich in den Brunnen auch schon mal den Vorgang gekleent. Oh, lass. Ich bin ja meinen Ofen hab ich vergessen. Ah nein, wo brauche ich meinen Ofen? Ah ja... Soll ich direkt hier runter? Ich find hier kein Wasser. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich ne Brücke mal drüber bauen. Wir sterben! Boah, Alter. Hallo Schaf! Tschüss Schaf! Oh, ernsthaft? Oh nein! Yay, direkt Liffel 2. Und ein Selbstmord-Attentator hab ich da grad auch wieder gesehen. Und ein Kräber. Ein Kräber. Ich sag mal, ich brütele, ich brütele. So, was geht denn? Ah! Oh! 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 noch ganz damals so richtig damals wo ich mal wusste was markt oft ist habe ich mir da mal ein video angeguckt und ich habe gedacht das wäre erdöl statt kohle schon irgendwie traurig ich denke ernsthaft das erdöl jeder minecraftspieler wird sich jetzt die ohren auskratzen das ergibt keinen sinn die ohren auskratzen was ist das hilfe nein keine vorstellung hilfe schießpulver daraus können wir eigentlich nur tnt machen ich habe meins beide gehört schnell rein schweinefleisch 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 da guckt mich gerade das dokt mich ein scharf ich sag mal das es geht zu weit ich werde schon seit wochen oh gott hier sehen wir nein gewicke ich kaufe nichts ich werde beobachtet was willst du jetzt tun ich gehe lieber weg bevor ich die falsche tasse noch drücke und mich verklicken ist er noch da oh oh heiliger ich werde gestalkt ist er noch da hua verschwinden sie ich habe nichts hier ist eine kleine nachhabe von kong gerade wo 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 fast das halbe haus weggesprengt egal ist ja nicht mein haus ja äh 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 spät hä schlaf ich denn schlaf in der wand oder was schlaf ich denn äh das sieht ja geil aus da steht einfach so sein leber seit mir mein scharf diese scharf es stalkt mich verschwinden sie schlaf 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 spät schlaf ihren schlaf zu dem dem Schrecklich! Verschwinden sie! Wow! Oh, guck mal, ich hab Level 9 hier, wenn du diese Zunge trägst. Yeah! Irgendwann stimmt er nicht mit ihrem Auge. Gucken sie mich nicht so an. Verschwinden sie, ich mag sie nicht. Ist der noch da? Wo ist der? Oh Gott! Was? Alter. Der erste Tag im Dorf und schon werde ich gestopft. Dagegen muss ich was unternehmen und meine Kamera ist runtergerutscht. Ich liebe es, wenn sowas mitten in der Haufnahme passiert. Und ja, das war so krass nicht gemeint. Ich glaube, es ist nur Zeit, mich zu befestigen. Also nicht mich selber, sondern mein Haus. Ich mein, sieht das nicht verlockend aus für so Zombies oder so Makler? Wie sie sagen, komm, verkaufen sie mal ihr Haus, kriegen sie 50% Provision. Dann denke ich mir nur, nein. Das kommt eh nicht. Es sollte echt parallel von hier wohnen. Nein! Ich brech die Scheibe ein. Ja, geht doch. Warte mal, wie krieg ich das mal? Durch Kohle? Durch Co-Co-Co-Cola? Ne, nicht Cola, sondern Kohle. Da war ja was. Aha, Opfer. Du wolltest letztens erst mein Haus verkaufen. Du bist Priester, warum machst du sowas? Schwimm doch nach unten, Mann. Möchte ich zubauen. Genau. Ich glaube, ich sollte mein Haus Stalker sicher machen. Da drüben steht schon wieder ein Creeper. Was ist das denn? Wo bin ich denn hier? Was für ein Dorf? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Horrorspiel. Minecraft. Ja, so sieht mein Haus nach der Stalker-Befestigung aus. Ich muss jetzt keine Stalker mehr in mein Haus gucken. Hahaha. Ich muss noch die Tür ändern. Es ist wirklich nie... Niemand, der da reingucken kann. Erst die Fenster zugekleistert. Jetzt gibt's die Tür. Boom. Wo keiner reingucken kann. Perfekt. Oh, ja. Wenn ihr fragt, woher das Schlagloch kommt. Es gibt hier viele Creeper-Nels, die auch tagsüber rumlaufen. Habe ich nicht recht? Ja, da hab ich recht. Ich hab immer recht. So sieht das Haus... Geht doch mal weg, Alter. So sieht das Haus von außen aus. Yay. Würde ich sagen, was das von... Ach je, sie spinnen die mich die ganze Zeit genervt. Oh shit. Okay. Ich brech jetzt ein. Geh hier rein. Geh wieder raus. Das hat sich gereimt. Oh. Dann würde ich sagen... Was ist von... Dieser etwas ruhigen... Okay, was heißt hier ruhigen? Von dieser... Mann. Von dieser Folge Let's Play Minecraft. Ich würde sagen, sie haben wir es wieder. Nächsten... Folge... Wieder...